Berlin, deutsche Presseagentur-BB, minus bei einer Razzia in Berlin ist die Polizei auf zwei illegale Spielhallen und insgesamt 21 illegale Glücksspürautomaten gestoßen. Der Einsatz wurde in der Nacht zum Donnerstag gemeinsam von der Polizei Berlin den Bezirksämtern Tempelhof Schönebeck und Mitte dem Hauptzollamt Berlin und dem Finanzamt Wedding durchgeführt wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Grundlage waren fünf Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachtes auf illegales Glücksspiel. Es wurden insgesamt acht Betriebe darunter zwei Spielhallen in der Kurfestenstraße, Schildhornstraße, Ruhnstraße und auf dem Hindenburg-Damm amtlich geschlossen und versegelt. An dem Einsatz waren 30 Beamte der Polizei Berlin und 22 weitere Personen aus den kooperierenden Ämtern beteiligt. Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 220331997399504